AHHHHHHHHH Wir kommen zurück, Leute. Es ist wieder so weit und wie man hier sieht, es wächst und gedeiht alles wunderbar. Wir gucken mal in so ein scheiß... Da ist schon 300. Hör doch mal auf Junge! Nee, du regst nicht auf, Alter! 300 Pären hier pro Feld. Was hast du denn schon mehr für ein Problem? Was ist dein Problem? Hallo? Hallo jetzt! Mann! Hör auf! AHHHHHHHHH! Die Tür bleibt zu! Du! Du bist die Tür! Oh, ha! Jetzt bin ich draußen! Du dummer Wichser, du! Du dummer Wichser! Was machen wir denn heute, Curry? Ja, wir gehen heute richtig geile Dracheneier sammeln! Wohohoho! Oh, alles klar! Bist du tot? Alter, ich hab das überlebt! Was? Ihr haltet ihr Glückwunsch? Was? Du lässt den Scheiß immer ein bisschen wachsen und so weiter. Die Käfer haben genug Kacke im Inventar. Oh mein Gott! Marcel! Hilfe! Marcel! Ja? Ich brauche Hilfe! Okay, warte! Hilf mir! Was machst du da? Warte! Das war aber knapp! Das ist ja knapp! Du kannst ja richtig gut treffen! Komm her! Marcel, komm jetzt her! Nöööööööööööööööööööööööööööööww Weißt du du hast nur Angst. ATTACKEEEEEEEE! Alter! Alter! Du Penis ey. Jetzt klebt die ganze Zeit der Pfeil im Bild, das ist so ein Witz. Unsere Kackbrocken sind übrigens immer noch schwanger. Also wir sind schon bei der Hälfte. Bald ist es soweit. Dann gehts los. Dann gehts los. So lange holen wir uns Rache-Eier dann holen wir uns die Superlinie und dann ist endlich Ruhe hier. Katja Salz-Frank los geht. Ja sicher Alter. Abfälischt die Ecke immer. Wo bist du? Wo bist du? Haben wir eine Base Fleisch holen. Wir haben so viel Fleisch. Ich bin auch ein Base Fleisch holen. Soll ich dir welche mitbringen oder kommst du selber? Ich hab 16. Du hast grad noch gesagt du. Ja gut okay. Ja ich hab vergessen zu essen. Boah das greift mal so. Boah. Wuuuuh. Weil ich weiß übrigens gar nicht wo jetzt genau die Drachen sind. Wir suchen jetzt einfach. Wo bist du denn jetzt Alter? Ja ich fliege wieder Richtung Heimat. Soja. Wie Heimat? Für Heimat? Nein ich sehe doch wo du bist. Ahja das ist doch ich wohne in Oberhausen. Das ist doch ganz anders. Ja ja Drechtsstatter ey. Ne. Hei! 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 Hei, Hei! 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 Schön Junge! Ne, wir wollen heute Dracheneier sammeln, wir waren ja schon mal bei den Drachen, aber da hatten wir noch keine, was, wie 10? 10, die Zahl. Du willst 10 Dracheneiern? Nein, ich hab einfach 10 gesagt. Ich glaub, mein Greifen hat einen Totalausfall gerade. Lass ihn liegen, ich hole ihn. Ich glaub, ich brauch mal Starthilfe. Ach, was sind wir heute wieder lustig unterwegs? Ja, lustige Knaben, dafür sind wir auch berühmt. Ja, wir sind so berühmt. Was? Brauchst du Koordinaten, wo ich bin? Aber ich glaub, ich bin da gelandet, wo du auf dem... Schnupst dir grad ne Nase Coke oder was? Ne, die hat grad gejuckt, die Nase. Alter, geil, gib mir auch mal ne Leine. Arck, Junge! Arck! Das war immer noch die beste Droge! Warte, reingeschnupft hier. Wo bist du denn, Alter? Wo bist du denn, Junge? Wo bist du, Masel? Nix. Äh, ich bin da, wo du letztes Mal auch Ausdauer getankt hast. Richtung Vulkan. Ja, dann weiß ich auch jetzt noch, oder wat? Oh, ich geb dir Koordinaten, hol dein scheiß Gerät daraus. 27, 26, 45. Watt, 27, 26, 45. Komm, du. Hallo! Hallo! Weiter geht's. Wuuuuh! Wuuuuh! Oh, oh shit, Alter! Ja! Ihr habt den scheiß Hirsch hier fast gekillt! Du kannst nicht rechnen, Junge! Ihr habt den scheiß Hirsch fast gekillt! Wuuuuh! 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 Was zum Teufel, Alter? Wuuuuh! Ah, keine Ahnung, was ist hier heut los? Äh, ne. Die Drachen, Alter, die machen richtig Bock, da haben wir richtig Bock drauf, Alter. Ja! Hä? Wuuuuh! Wuuuuh! Wo bist du? Coca Cola Oase, Alter! Ja, die richtig in die Nase. Ne, ich bin richtig um Vulkan geflogen. Jetzt mal, äh, Scherz beiseite. Scheiß beiseite. Brich und Vulkan. Wuuuuh! Wuuuuh! Oh! Oh! Oh, hier sind Drachen! Was? Ja! Oh mein Gott! 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 Wir haben es an dem Punkt geschafft. Gollum! Wir fielen rein! Los! Nein, Gollum! Okay, wir müssen uns ein Ei klauen und dann? Was können wir damit machen? Kibbel! Ne, damit können wir dann ausbrüten und dann uns einen Drachen holen. Achso, ja stimmt. Genau, das war ja der Sinn. Kibbel! Ey, sei noch einmal Pflaume zu mir! Alte Pflaume! Boah! Boah, hat er jetzt nicht gemacht. Kannst auf jeden Fall auf den Dinger nicht landen. Ja, das habe ich gerade schon gemerkt, was auch immer du gerade da machst. Versuch's immer noch. Ja, das klappt auf jeden Fall sehr gut. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Also, okay, wie machen wir das? Wir müssen... Ich bin, ich bin überfordert. Ne, wir fliegen wieder zurück. Ah! Die größte Gefahr eine Gottesanbeterin hier heute. Alter, ich habe mich voll erschrocken. Wo ist das Ei? Ich will das sehen. Ja, komm mal hier hin. Pass auf, da ist der Drache da oben. Vom Namen habe ich das auch noch nicht gesehen. Ich habe nämlich gerade keinen Fernblatt, aber da unten ist ein Nest. Ey, aber du hast gesagt, da ist ein Ei. Ja, und im Ei ist wahrscheinlich ein Nest. Im Ei ist ein Nest. Nein, im Nest ist ein Achtkommen und ist doch egal. Mann, Masel, ey, du musst dich schon ein bisschen besser ausdrücken, sonst können wir uns nicht verständigen. Also, ich bin hier nicht heute, um Deutschunterricht zu geben, sondern... Ey, Masel, hör mal, ich hole halt den Duden raus. Oh mein Gott! Scheiße! So viel zum Thema, pass auf den Drachen auf. Masel, da bringt mir nichts. Tschüss! Ja, gehen wir wieder, alles klar. Ciao! Scheiße! Boah, aber wir können den Drachen immer abhängen. Das ist ein Titanosaurus, Alter! Was? Geradeaus, hier auf der großen Wiese. Alter, wie geil! Godzilla, Junge! Godzilla! Oh, ist der süß. Ist der böse? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Alter, den will ich sehen. Das ist der größte Dino im Spiel. Guck mal, wie süß der ist. Ich will mal zu dem hinfliegen. Guck mal, wie viele Steine der hat. Ja, der hat vorgesorgt. Guck mal, da hat sich schon gelohnt hier, das Abenteuer. Alter, guck mal! Kann man denn eigentlich zähmen? Kann man denn eigentlich zähmen? Soll ich mal auf dem Landen? Nee, mach das nicht. Doch, komm. Nee, wirklich nicht. Tu's einfach nicht. Der steht noch über, der macht mehr Schaden als die Liga-Noto. Oh, ich glaub, der ist böse. Ja, das kann gut sein. Er ist dann auch mal in einer Stunde da. Er ist die Schnecke unter den Gewalttätigen. Wo ist der böse? Ja, weiß ich. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich hab mich noch nie mit so einem angelegt. Ich hab da... Der Stampf bestimmt... Ih, was macht der mit seinem Fuß? Wah, Alter! Hey, was macht der mit seinem Fuß, Marvel? Oh, wow. Ähm... Ich glaub, ich sollte mal gehen. Äh... Ich brauche mich jetzt einfach. Alter, wo bist du? Ich bin hier in die Kuhle geflogen. Ich hab die große Angst. Welche Coole. Irgendeine Coole, Junge. Richtig cool. Okay, fliege ich hier auch in eine Coole rein. Jetzt fliege ich auch in eine Coole. Ich seh dich nicht mehr, Masel. Scheiße. Ja, ich kann zur Not gleich hochfliegen, dann finden wir uns wieder. Wir müssen doch nicht die ganze Zeit hier... Doch, ich will immer nur bei dir sein. Das ist... Da ist ein Nest. Wo? Ähm... Ich seh's. Ich seh dich auf der Brücke rennen. Das ist nur Gras. Oh, schade. Doch, kein Nest. Doch, hier ist ein Ei. Oh mein Gott. Ich hol das Ei einfach. Komm. Ich hab's. Ich will sehen. Wo ist das Ei? Ich hab's in der Tasche. Hau ab. Ah. Ah scheiße, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Oh nein. Oh Gott. Komm, komm schon. Flieg schneller. Ich bin raus. Alter, das sind einfach drei Drachen hinter dir. Oh scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Du musst mit dem Strom schwimmen. Mit dem Strom, Junge. Oh, mein Gott. Hinter mir ist auch ein Drache her. Oh, mein Gott. Ich habe doch gar nichts getan. Der Spaß, die mit dem Ei ist das. Das ist der Böse. Alter, wie die alle hinterher fliegen. Oh, scheiße, Mann. Was war das? Oh, Gottes Willen. Bist du weg? Ja. Ja. Die fliegen dir immer noch hinterher. Ja, egal. Ich bin so viel schneller. Oh, mein Gott. Wo soll ich zurückfliegen? Einmal zur Base. Ein Ei reicht erst mal. Das war genug Stress für heute. Alter, wie geil, Mann. Wir haben ein Ei, Alter. Wir haben ein Ei. Das war jetzt einfacher, als ich dachte. Auch wenn es nicht... Ja, gut. Wir hatten halt... Das sind halt die Greifen jetzt, ne? Also, klar. Okay. Level 190. Was? Geil, Junge. Ich habe nur keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt weiter... Zeig mal das Ei. Wo ist das Ei, Junge? Ja, ich habe das im Inventar. Ich kann es doch da hinstellen. Baut mich nicht. Ich habe Angst, was zu essen. Und weißt du? Ja, ja, nee, nee. Ja, Alter, wenn du das Ei isst, dann esse ich dich, Junge. Bitte. Warte mal, wir müssen mal gucken, wie macht man Eier. Also, nicht wie man Eier macht, sondern... Ich google mal, ne? Unser, der Klachen. Drachen-Eier. Arg. Wollte ich nur noch jemanden schiffen lassen, braucht ihr eine hohe Temperatur. Damit es gelingt, baut euch also eine Menge Klimaanlagen in einem Quadrat auf und platziert das Ei in der Mitte. Lasst auf jeden Fall eine Menge Platz, weil die Drachen-Eier sehr groß sind. Bei der richtigen Temperatur braucht das Ei etwa 5 Stunden, um zu schlüpfen. Achtet hier darauf, dass die Eigesundheit nicht nach unten geht. Ist das der Fall, ist es dem Ei zu kalt. Im Gegensatz zu anderen Dino-Eiern reduziert sich die Gesundheit, aber nur sehr langsam. Okay. Ach du Scheiße. Gut. Wir brauchen Perlen, obwohl wir die Perlen haben, aber Kristalle brauchen. Reichen, warte mal, könnt ihr auch keine Klimaanlage bauen, reichen auch Standing Torches, beziehungsweise Stankfackern aus. Baut davon aber sehr viele. Oh Gott. Das und weiteres seht ihr in der nächsten Folge. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut.